hallochen und herzlich willkommen zum minecraft klassenzimmer folge 2 mit der ich habe mir gerade so überlegt ein überraschungstest wäre doch etwas witziges machen wir überraschungstest ach nee doch das kannst du knicken nein auf nein du weißt du musst nachtsitzen nein du musst nachtsitzen nein natürlich nein das ist mein verdammter kuchen am sonntag eine torte trotzdem wir machen überraschungstest doch zurück zum spiel nein ich will doch einfach nur spiel das ist das verfickte problem daran wir nur zeigen wie eine spitzhacke geht aber ich habe wasserplätschern war es eine spitzhacke ja das ganze wasser denn noch materialien ja hast du genau genau die materialien jetzt habe ich dir schon gezeigt gesagt falsch die eichenholzbretter nicht eichenholz ist ein test ich kann dir nicht helfen sagt mir mal so ich fang ich mache jetzt einfach mal ich glaube nicht dass das so war eichenholzbretter versucht doch einfach nicht so eichenholzbretter birkenholz oder eichenholzbretter ich bin mir gar nicht sicher ich versuche es einfach nein gehst du wohl richtig jetzt kannst du gleich mal die eichenholzbretter wegnehmen und da steine hinfahren kannst du auch immer mal ein rechtstieg drauf soll ich doch ein rechtstieg machen jetzt ein rechtstieg ach so die schrift rechtstieg jetzt soll ich was nehmen eichenholz was wollte ich jetzt steine die grauen steine die bruchsteine und dann macht er das nicht immer so drei stück geht eigentlich immer aus einer eisenspitze aber ich habe mir soll es heute die lektion überlegt dass wir mal essen gehen essen sammeln wir gehen essen wohin gehen wir essen zum kuhnesen das ist dunkel da will ich nicht raus wir haben noch gar kein bett na ja das ist nämlich das ding ich muss dann machen wir hier mal einen cut ja da sind wir wieder jetzt ist tag ach so ich wollte jetzt jeden tag gut dann noch ein steinschwert weißt du wie ein steinschwert geht was noch zwei steine sogar 24 steine ach du hast ein bisschen was abgebaut stimmt ja ja es ist nicht schön ja warte du musst du irgendwie die zeit überwollen es ist doch schon hell jetzt ist ja wir mussten so ich soll keine steine nehmen du brauchst noch einen stock ich habe keine stöcke mehr weißt du noch wie das geht wie weißt du wie das geht stock er ein stock herstellen hast du letztes mal gemacht ich habe mir nur die wichtigen sachen und stock ist wichtig stock sammle ich einfach ein normalen leben in the forest sammelst du stärker ein in minecraft baust du dir stärker du brauchst zwei holzbretter in wirklichkeit ja zwei holzbretter natürlich ein bisschen eichenholzbretter ja nämlich die mache ich jetzt einfach eine mitte und habe ich einen stock oder was nein du musst auch das ergeben ja richtig dort ist es eben schon du musst auch das ergebnisfeld gucken hier gibt es immer ein oben weg heute einer zu den setzt du jetzt bitte unten in die mitte eine reise oder macht ja noch ein und dann setzt du da zwei steine über kannst du aussuchen welche zwei steine so ja so dass du ein schwert so jetzt hast du ein stein ich habe ein steinschwert jetzt kannst du dich verteidigen und jetzt kann ich das alles wieder haben wir das holz wert und alle möglichen holz materialien übersprungen weil der lehrer hat sprachprobleme ich hätte den stein oben weggenommen der lehrer sie haben ein problem scheiße ich habe ich habe ein problem nein viel einfacher wäre davor noch ein stein wieder zu wie dumm bin ich denn komm ich da nicht hoch man jetzt ist alles gut hatte lehrtaste lehrtaste die raumtaste wenn man space übersetzt kommt springmann bockencontroller es geht einfacher so was so herr lehrer was soll mir das ist kannst du schon mal das schwert auswählen wir gehen mal tiere suchen wir gehen tiere suchen ja ich hänge fest konnte die umgebung mehr konnte die um mehr spring 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 da sind noch bösewichte das sind nur tintenfische die tun die nichts doch die sehen aus wie wie hießen die fischer was ist das denn ne hexe geh weg hau ab hau ab ne hexe oh mein gott warum sind die noch da weil die hexe bleibt tagsüber normalerweise ist die voll selten aber seit 1.8 kommt ihr irgendwie herunter nein nehmt die spitzhacke die ist an mir verdammte scheiße achst oh die hat ich vergiftet nein die hat mich vergiftet verdammte scheiße achst ich komme nicht weg ich komme nicht weg ich komme nicht weg du läufst zu ihr ja mach sie fertig nein wo ist sie denn sie hat sich gerade selber vergiftet mach sie fertig ich komme da nicht hoch verdammte axt space ja wo bist du wo bist du blöd mach sie fertig blöde witsch schnell schnell zu ihr sie wirft gleich wieder einen trank ach ne kann sie im wasser doch ja du hast deine erste hexe gekillt und irgendwas greift sich jetzt wieder an nein nein es ist gift nimm die belonenrute mit du hast schon eine belonenrute du lacher ja hallo ich werd vergiftet du blöder honk na du bist gleich wieder gesund nein ich man kann nicht durch vergiftung sterben ja denkst du gleich wenn ich tot bin dann lache ich weiß ich wo ist das Ding jetzt das ist ein normaler Stock gewesen ich dachte sie droppen auch Lohenruten äh hab ich was zu essen bleib stehen bleib stehen bis du nicht mehr vergiftet bist dann wirst du schon heile aber dann müssen wir war das jetzt was ich eigentlich habe ich es jetzt eingesammelt oder nicht ja war nur ein Stock tut mir leid ich dachte es wäre eine Lohenrute warte kurz bis ein bisschen Lebensenergie sind das Blumen kann ich die benutzen ich hoffe es zu essen Blumen diese Blumen kann man nicht essen aber es gibt auch immer die kann man essen ne die geben dir nur Tinte damit kannst du Wolle schwarz färben also muss es kann ich jetzt sozusagen erstmal nichts machen ne du musst woanders hin entweder über den Berg rüber oder durch den Wald also das war jetzt wirklich der Schock meines Lebens ne scheiß Hexe ich hab sie besiegt aber die sind häufiger geworden sein 1.8 wiii du kannst den Wasserfall hochschwimmen vielleicht ich will jetzt den Wasserfall nicht hochschwimmen ich muss erstmal von diesem Schock runter kommen Mann blöde scheiß Steuerung ah also zwei Felder hüpfen kannst du nur in die Welt über zwei Felder zwei Löffel zwei Löffel fuck you fuck you oder du hast Mords installiert ach so ich kann ja gleich die Bläschen unter Wasser erklären geh mal unter Wasser ne siehst du siehst du die Bläschen welche Bläschen das ist ein Luftvorrat über deinem Hunger ach so das meinst du ja du hast schon so viel Hunger dass du keine Lebenspunkte mehr regeln hast so ist denn das rote da oben Pilz ja aber dann kannst du nicht direkt essen fuck ey es wird schon wieder Nacht ne dann kann ich ja auch in den Ofen rein machen es wird schon wieder Nacht ich hab den kaputt gemacht ne du solltest dich beeilen ja wo ist mein Versteck ähm rechts was ist das eigentlich für ein Hammerberg alter wo rechts ähm ich häng fest ich häng fest ich krieg Panik man shhhh wo's Rabe wenn du stirbst bist du halt tot du hast eh nicht viel alter ich hab mein Versteck verloren passiert das öfter? ja danke für den Tipp wenn du keine Markierung setzt? ja warum sagst du mir das nicht was für ein Scheißlehrer bist du eigentlich man jetzt hab ich deine Befehle vernetzt ich bin der Meinung man lernt durch Fehlern du ich weiß wo das ist ich hab noch so ne gewisse Orientierung ja du kennst dich ja auch aus soll ich dich zu deinem Versteck bringen? hab ich mein Versteck gefunden? nein nein soll ich dich zu deinem Versteck bringen? weil es ist Nacht ja wo war das? sag mal an wohin? ich kann das nicht gut erklären dreh dich mal um oder ich mach mal hin der Lehrer hilft also gut da ist der Berg da geht's ein bisschen runter oh da ist ist das ein Wolf? ne das ist ein Hase ich weiß nicht ob die Fleisch droppen ich glaub die droppen nur Leder Fetzen ein Kaninchenfell wo bist du denn ganz hin? ach quatsch ach quatsch ich werd kopieren ey den See hab ich jetzt auch aus den Augen verloren das hat mich gesehen du bist voll weit gelaufen bin ich soweit oh oh Fallschaden ah du kein Ding ich weiß wo ich war du bist der Beste dass das erklären angeht oh du süß ich weiß ungefähr wo ich war ach guck mal da war ich da waren wir hey haben wir alle Sachen wieder? wo ist denn die Spinne die mich eben angegriffen hat? war das eine Spinne? ja da ist ein Creeper da ist ein Creeper how to kill Creeper immer wegschubsen oder was? ja am besten auf mich zurennen aber zum rennen kommen wir später das ist nochmal zu der Steuerung irgendwo war da wieder was hinter dir ja ich hab keinen Sound also ich wollte dich zu deinem Versteck bringen ja aber ist ein bisschen blöd weißt du was? bist du da nicht gerade hingegangen? ähm ich übernehme einfach ich übernehme einfach die Kontrolle wenn du Ärger mit Monstern hast zu viel Ärger ja wir müssen mal ein bisschen Nahrung holen hier geht doch nicht weiter wo sind die ganzen Tiere? durchgefallen ich bin durchgefallen ich bin durchgefallen warum wow was ist los wer greift mich da von hinten an ein scheiß Skelett und ein Zombie ich hab verratetes Fleisch oder was? ne Mino ey es gibt hier keine Tiere in dem... Zombie es gibt hier nur Skelette Zombies Creeper jede Menge aber keine Tiere es gibt keine Tiere was sollen wir denn essen? ihr seid so geil mach überleben danni das kriegst du hin du musst gleich ins kalte Wasser geworfen werden es gibt keine verfickten Tiere werft sich gleich ins kalte Wasser und jetzt hast du deine eigene Lehrer weißt du was? wir ziehen um wir ziehen um wir ziehen um da steht eine Kuh da ist ein Schwein ein Schwein ein Schwein ein Schwein hallo ein Schwein ein Schwein das Schwein ist im Wasser gefallen plumps drei Schweinefleisch das ist unsere Rettung ah man ich hab mir so viel Mühe gegeben mit der Workbench und so mal mit der M-Einrichtung auch wenn da noch nichts drin steht ne wir haben jetzt ja drei Schweinefleisch Fleisch du bist gleich tot ja da hast ich wieder gewohnt oh ne Moment du hast ja wieder alles umgeboren ähm jetzt hast du keinen hallo Freund kommt da einer rein? jo moin hallo ach du Pinner man ach ist das süß da ist wieder einer hinter dir obwohl vor dir noch einer platt in meinen Händen ja klick 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 ja ist der auch down? warum ist der jetzt da? jo rüttmann scheiße weil der nicht weg sind ja 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 bei uns läuft wunderbar da kommt nicht mehr durch ich brauchte das birkenholz nämlich wieder nein die kommen da da kommen nur mini zombies durch das sind seltener jetzt klickst jetzt mal auf dem ofen und machst das birkenholz die holzspitzhacke brauchst du nicht mehr packt immer unten ins feld vom ofen nein und sagt das doch jetzt die drei schweinefleisch nach oben das rottete fleisch das ist verrottet das fleisch die schweinefleisch achter unten hast du da genau sehr schön ich glaube eins kann man damit warten warum kann man nicht so etwas und jetzt packt mal die sticks auch noch rein die stärker ja ja entschuldigung stärker nur mal reste verbraten hier ich glaube das war eine ziehen ist es eine ziemliche fehlfolge kann das sein es geht auch schon wieder viel zu lange ja wie mache ich denn jetzt das funktioniert sogar noch aber jetzt hat er kein sticks mehr ich wollte eigentlich beibringen über eine fackel macht aber gut jetzt hast du gelernt wie die fleißel und war auch schweinefleisch drehst das ganze direkt das auch noch ein bisschen regenerierst du wieder lebensenergie so er machen wir schluss heute ja ja machen wir schluss gelaufen heute und so hast du mich hashtag minecraft fehl des tages danke dass ihr zugeschaut habt kaut auch morgen wieder vorbei kaut kaut auch morgen wieder vorbei wenn es morgen wird wahrscheinlich kreativus rauskommt ja heute kam kreativus diese folge kommt morgen also heute also sie ist jetzt da logik fahrer ist eine fehlfrage ja vielleicht war das gar nicht fehl vielleicht war das ja manuel neuer macht's gut tschüssi tschüssi Bis zum nächsten Mal.